So ihr Lieben, hier sind sie. Die ersten Parasol dieses Jahres, frisch gepflückt im Wald am Wannsee in Berlin. Ihr glaubt es nicht, direkt am Wannsee, direkt hinter euch seht ihr, vor euch seht ihr den Wannsee. Da drin gab es die tollen Parasol, frisch gewachsen von heute. Die bereiten wir jetzt nachher dann gleich zu und das zeigen wir euch. Viel Spaß!